Ich unterbreche das Programm für eine wichtige Mitteilung. Hot & Hot sendet im Mai die 25. Sendung. Zum Jubiläum plane ich mein erstes Special. Genauere Informationen lassen sich zu gegebener Zeit aus dem Programmkalender entnehmen. Das geplante Special widmet sich einem ganz besonderen Entertainer. Dem bekannten Stefan Raab. Natürlich plane ich im Rahmen dieses Specials ein Totty-Kram. Ganz im Stile seiner Rabi-Krams. Hier liegt der Haken. Stefan Raab unternahm alles, seine Ständchen anderen Prominenten persönlich zu bringen. Dies ist schwer. Ja, er verkündete seine Karriere aus. Als verrückter Fan vor seinem Privatgelände zu stalken ist scheiße. Das Totty-Kram ohne Kontaktversuche im Radio zu spielen entspricht nicht dem was Raab getan hätte und ist feige. Daher dieser Aufruf. Falls jemand Kontakt zum berühmtesten Entertainer Deutschlands herstellen kann, bin ich sehr dankbar. Ich möchte ihm ein Liedchen spielen und ihm damit das zurückgeben, was der Sack verdient. Das schreckliche Interesse... Das gedreht sich ein Liedchener Eiwelle mit meinem Leben auf dem Video zu schauen. Das war's... Das war's...